Viele Menschen beginnen zu laufen, aber können sich oft nicht motivieren, dran zu bleiben. Ochsner Sport will dabei helfen. Runtime. Der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Eine interaktive Mobile-First-Kampagne, die Schweizerinnen und Schweizer zum Laufen bewegen soll. Die eigens dafür entwickelte App ermittelt mit GPS und Sensordaten, ob die User rennen. Dabei werden Live-Schritte aufgezeichnet, analysiert und gleichzeitig die Geschwindigkeit ermittelt. So weiß Runtime in Echtzeit, ob die User rennen. Und nur dann spielt der Podcast ab. Im Podcast selbst reden die Running-Legenden Maja Neunschwander und Viktor Rötlin mit Moderator Marc Jäggi in zwölf Folgen über Running. Mit direkten Live-Coaching für die Runner. Jetzt versuche ich mal ganz aktiv den Fuss so unter den Körper runterzuziehen. Also nicht nach vorne zu landen, sondern möglichst unter den Körperschwerpunkten der Fuss zu ziehen. Die Folgen werden immer länger, denn die User werden immer fitter. Und mit jeder gerannten Folge wird ein Gutschein für einen Running-Artikel im Ochsner Sport freigeschaltet. So wird man nicht nur ein besserer Runner, sondern ist für den nächsten Run auch besser ausgerüstet. Dank einer gezielten Cross-Medialen-Kampagne wird Runtime zum Talking-Peace und landet nach nur 24 Stunden auf Platz 1 der Schweizer Sport-Apps in den Download-Charts. Und auf den sozialen Medien begannen sogar Wettrennen, wer zuerst alle Folgen durchgerannt ist. Runtime, der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Runtime, der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst.